Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer runde fallout 4 ja ich habe dir tust ja versprochen zu helfen und ich muss irgendwo Darüber gucken wir doch mal wo ich hin muss jetzt Ach guck mal Lola kann ich sogar schnell hinreißen wie geil ist da oh gott kriegt sie auch als gegner Die haben ihr herz an der falschen stelle das sind monster wir müssen ich muss es umbringen Der wird auch guckt alter also nee so geht das nicht also der muss weg ja Äh was ist das denn hier für einer ein gen 1 modell bis hin zu hoch entwickelten gen 3 die man nicht von menschen unterscheiden Keine ach du scheiße Ach du scheiße ja Okay jetzt bin ich also hier in der nähe dieser siedlung ja Hier sind welche Aber kommt man da irgendwie rein oder was da kommt man anscheinend irgendwie rein Aha hund hat er was gefunden wo denn hier hier war ich ja schon drin Ist hier wieder was drin Krass hier war ich doch vorhin erst lassen aber viel rumfliegen die idioten Kombischlüssel Hä jetzt kann ich die nochmal entsperren So Machen wir doch ganz easy Oh nee ich wollte eigentlich das hier alles nehmen Boah ich drücke immer escape es ist so nervig dass das nicht escape ist hier ne Oh nein jetzt ist die Haarklammer abgebrochen Ich hab keine Haarklammern Ja dann nehmen wir doch den zweiten Tischwendig mit ne wenn der wieder hier ist Und schauen doch mal wo wir jetzt hier reinkommen ne Diese Wichser Hier irgendwo Ist hier etwa irgendwo eine Tür oder was Ich weiß gar nicht wo ich hier hin soll Oder hab ich noch eine andere Ach guck mal lol Fertigungsanlage Hier bin ich vorbeigekommen Und da kann ich natürlich nicht schnell hinreisen ne Ja muss ich wohl laufen Aber es gibt ja zum Glück die Wenn man auf X drückt die Autolauffunktion Dass er zumindest immer nach vorne läuft Finde ich eigentlich schon mal ganz cool So schauen wir nochmal hier unten Oh guck mal da seht ihr Jetzt hab ich mal gedrückt ne Äh Kuh gedrückt Zwischendrin Und direkt gesehen Hier ist einer Greif ihn an Töt ihn Ja Ich will nicht statt der mal den Hund hier irgendwie anlangt ne Oh ich drück eben mal escape Das ist so nervig Hä hast du schon genug oder was Ich hab noch nicht genug Action Points Nein Da muss ich auch noch schießen Was hat der nochmal an da Ja nice Kronkorken Fleisch vom Mischlingshund Ne das möchte ich nicht Äh aber der hat anscheinend ganz gut gewütet hier ne Guck mal der hat ja Was ist das denn Achso das ist ein Skorpion Ne hier liegt so ein fetter Ist mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen Oh und der ist so schwer zum Tragen Oh Ach guck mal schwer Impro Pistole Plus Rechtes Bein hab ich glaube ich schon ne Ja gut Doppeläufige Schrofflin nehm ich natürlich mal mit Ist hier was drin Nein So Eichhörnchen bisschen Kann ich die auch jetzt da reinpacken Gesamten Schrottlagern Ach das ist ja geil Ach guck mal das meint er so alles als Schrott Krass Ja ne äh Ich wollte das schon eigentlich Ach wie hab ich das denn jetzt gemacht Büffel Ach Blutkäfersteak Da brauch ich ein Eichhörnchen am Stiel Da brauch ich Holz für Und Eichhörnchen ein bisschen Machen wir doch mal Ach guck mal gibt ein EP Ja nice Aber ich konnte auch nur eins machen ne Ja Ich hab kein Eichhörnchen ein bisschen mehr So dann erstmal wieder hier raus Station verlassen Ja So dann will ich jetzt nochmal gucken Ob ich hier ein Eichhörnchen ein bisschen hab ne Ich hab mir mal leckeres gekocht Ach guck mal hier Eichhörnchen am Stiel Mh Das essen wir auch nochmal Lol da war grad irgendwas mit Zeitlupe Für 10 Sekunden So Aber ich will ja zu den Raidern Ne ich will die ja hartfisten Ähm Deshalb drücke ich mal wieder X Und das hier den mal automatisch nach vorne laufen Ich find das ist so geil Ne Aber ich hab ja grad noch ne schwere Impro Pistole gefunden Könnt ich ja eigentlich mal gucken Ob irgendwas plus ist Das ist Schaden plus Ich nehm erstmal Die Ach hier hab ich natürlich mehr Schaden drin Äh Aber da hab ich natürlich auch nur 23 Schuss für Lasermuskete Find ich irgendwie scheiße Und viel mehr Waffen hab ich gar nicht Okay nehmen wir doch mal die Die sieht auch ein bisschen cooler aus So find ich Dann schauen wir doch mal Hä Wo sind die die Raider Wo seid ihr hä Hä Aber ganz schön viele Autobahnen hier Dafür dass hier so wenig Häuser sind Ne Kommt auch uns in zwei Stück Wer bist du denn Na ein Farmer Der ist ein guter Ne Immer noch kein Action Point Ja ich helf dem Farmer natürlich Erstmal draufhalten hier Guck mal hier ist ja voll impfer alter Bam Den töten wir auch noch Bam Okay Ja nehmen wir doch mal das Fleisch mit Vielleicht kann ich ja doch nochmal braten Auch guck mal Forschungsreagenzglas hat er noch in sich drin stecken irgendwo Oh Gott Hab ich ihn jetzt da reingetrieben Aber das sind ja doch nur Bramins Ne Ja Hallo Euch kühl mag ich Hey Du hast mir das Leben gerettet Ja Gib mal ein paar Kronkor Oh danke Ja Nö Also mehr reden will er auch gar nicht Ja gut Ich hab gedacht ich unterhalte mich noch ein bisschen Lern ihn kennen Weil ich ihn ja gerade das Leben gerettet habe Aber er sagt Hier hast du ein bisschen Kohle Verpiss dich du Hurensohn Ja So sind die drauf In der Welt ja So Was haben wir denn hier Wo sind die denn Irgendwo da vorne Wahrscheinlich in dieser super Fabrikhalle Was Da sind Kränen nur oben Die kann man doch nicht essen Scheiß Kränen Achso lol Weil ich die ganze Zeit renne Ist meine AP so down Die Action Points Ah Okay Da muss ich wohl mal Ein Stück so laufen Damit ich danach auch vernünftig zielen kann Ist mein Huni denn noch da Ah da ist er Okay Rennen wir mal wieder ein Stück Lalalala Da vorne muss es sein Da genau muss es sein Okay Ist es ein netter Ja hi Ja Willkommen in Max Bar Wir haben geöffnet Bitte entschuldige das Chaos Hä Du machst Witze oder Ich mein's ernst Sieht jetzt vielleicht nicht nach viel aus Aber wenn ich erst den heißesten Laden Im Commonwealth ab Werden wir ja sehen Wer zuletzt lacht Also was darf sein Ja Klar Ich schau's mir an Du hast die Weile Vielleicht kauft er ja auch noch was Ne Guck mal Ach ne Hier kann ich ihm nur sowas verkaufen Ja ne Das will ich natürlich nicht Guck mal Stechflügerfleisch Schmutziges Wasser Ja cool Oh ein Bier Ein Bier Und eine Flasche Bourbon Die kaufen wir doch mal Ja Legua ein bisschen In der Dose Ja nehm ich mal alles Oh Das hab ich mir jetzt noch gekauft Ne den Mais will ich nicht Okay Dat möchte ich annehmen Ja Mein Gott mach den Bohei hier drum Um seinen Laden Ey Krass Mit so Menüs Wo der erst durch muss Ich hätte einfach instant gekauft Ich hätte gesagt Gib komm Sonst Schieß ich dir im Kopf Ey Ja ist Die Welt hat sich verändert Du Lappen Dass der überhaupt da steht Und ich ausgeraufe Ich hätte den jetzt auch so So erschießen können einfach Ja Okay Was haben wir denn hier Hier ist eine Tanke Ist hier irgendwas drin Nö Kann man nicht reingucken Was haben wir hier Kühlmittel Termtin und Schraubenschlüssel Termtin ist ja schon mal ganz nett Ach guck mal Hier ist eine Rüstungswerkbank Gehen wir mal hier rein Wo denn Hier in der Ecke Oh guck mal Die versuchen gerade nicht Zum Zingeln Kann das sein Was sind das für Geräusche Ja Ne 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 Ach guck mal Der hat den zum Fallen gebracht Sogar Ah der ist tot Das ist wie gut Krass Okay Oh keine Muni mehr für Scheiße Äh boah Und die fressen gerade meinen Hund Ach für die Improfistole Hab ich was Ja der Hund der ist Der soll schön nach unten bleiben Ich mach das schon Oh mein Hund Ich hab jetzt nicht echt Meinen Hund gekillt Ihr verdammten Biester Ey Boah die bewegen sich aber schon Eine ganze Ecke krasser Ne Schießt er jetzt auch nochmal dann Weißt du wie lange ich auch brauch Boah lieber schön vollpumpen alle So ich hänge hier am Auto auch noch fest Kommt noch welche Nein Pisst euch Ihr könnt mir gar nichts Gott Ja ihr folgt aber auch heraus Ne Das muss ich ja schon mal sagen Puh Schicke Haarbürste Nehmen wir doch mal von dem Verstrahlten Typen hier So wo liegen die anderen Oh was ist denn hier Ne Blechdose brauche ich nicht So Vorkriegsgeld Und was haben wir hier noch Nix Dann können wir jetzt Und mal versuchen hier den Eingang zu finden Zu Dieser komischen Dingens Die die hier Besetzt halten So erstmal hier durch Gehen wir mal hier die Straße lang Und das wird wahrscheinlich die Design Die Fabrik Ach guck mal da ist hier Raider Abschaum So erstmal hier in Deckung gehen Sollen die mal hier runter kommen Ne Wo ist denn mein Hund Ist der jetzt abgehauen Sagste Oh schwer hier jetzt zu treffen Ne Aber ich versuche das einfach mal Okay Das tut schon mal nix Oh Gott Wo schießt denn der andere hier Guck mal von da Gott Feuer Ne Also Da muss ich mich erstmal kurz hier verpissen Irgendeine Tiefgarage Ein bisschen die Leute abwarten Ja komm Hundi Ich glaube der tötet den gerade Ne Ja so geht das ja nicht Aber die sollen erstmal alle Ihr Schrotfrau schießen hier Der hat den gekillt Oh Gott Ich brenne Hilfe Geh ich den aus Wo ist der kleine Mixer hin Ja hier unten Komm du her Hund komm Treff ich die überhaupt hier mit Also Ich glaube da muss ich echt mal Das Lasergewehr bemühen Reichweite Das hat eigentlich eine ziemlich gute Reichweite Ah guck mal hier Torso Ah das ist doch schon mal geil Von wo schießen die denn jetzt noch hier Von hier oben Ist die direkt hier drauf Boah nicht getroffen Mein Gott Oh 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 Gott Ich muss mich mal irgendwo heilen Oh scheiße Äh Hilfsmittel Haben wir noch ein Stimpack Boah Das war knapp genug Ey So wie ist denn jetzt mein Hund Ich muss mal Sichtkontakt zu meinem Hund aufbauen Ach der liegt da Der ist besiegt leider Mein Hund Okay Ah guck mal er hier jetzt aber Jawohl Schön geplatzt Okay versuchen wir gleich hier nochmal Ah da musst du natürlich in die Brüstung schießen Jetzt ist klar ne Puh Ja ist aber auch Schon Also die sind schon krass drauf hier ne Oh guck mal hier Oh no So noch einer tot Ah die Waffe hier die gefällt mir eigentlich Oh Schon wieder ernsthaft Da muss ich wohl nochmal ein Stimpack reinhauen ne Aber ich verliere hier gerade echt gut Stimpacks Das ist nicht gut Oh Ah dieses scheiß Zielsystem ne Oh Gott So Hat er jetzt ein Stimpack Ich hab keins Okay Laden wir nochmal nach Und versuchen hier mal irgendwie weiter hoch zu kommen Von wo schießt der denn jetzt noch hier der Penner Von da oben Oh Gott Nein Dein Bein wurde vergrüppelt Ja Sodass du nicht mehr rennen kannst Und dann wird mir wieder das ganze Bein weggesprengt ey Ist doch so klar alter Okay an die muss ich wohl ein bisschen anders rangehen Als einfach vorne versuchen ins Haupttor einzureiten ne Machen wir doch mal so Ach guck mal so sieht das dann aus Denn wirklich die Powerarmor da drin steht Ja cool Ja ich hab ja im Prinzip eine Ich weiß noch nicht ob ich die hingeschmissen hab irgendwo Aber eigentlich müssen die Sachen dann noch liegen vorm Museum Wenn ich die wirklich mit rausgeschmissen haben sollte Äh Okay Da sind wir wieder hier Jetzt Euer Ernst For fucking real oder was Oh Jetzt muss ich echt nochmal da hinlaufen Oh nein No Aber mach ich natürlich Ne So geht's ja nicht Ähm Dann müssen wir lediglich kurz diesen Laden Oh guck mal so kann man auch Oh da sieht sie ist schon geil ne So eine Powerarmor Also Finde ich schon verdammt nett Muss ich echt mal sagen Spielt sie doch richtig sexy aus Finde ich So Jetzt sind wir wieder hier ne So Guck mal Ähm In welche Richtung muss ich denn In diese ne Ja super geil ey Diesmal lass ich aber alles links liegen Was da ist Der scheiß Farmer und so Der kann mich jetzt mal Obwohl der gibt mir 250 Kronkorken ne Ähm Ne Also Da werde ich natürlich Den Farmer retten Für 250 Kronkorken Ich hab nur 250 oder so Und diesmal kaufe ich einfach kein Bier und so Bei dem blöden Laden Ne Gucken wir mal Okay Erstmal hier runter Oh Dass ich nicht so lange laufen kann ne Der Lappen Ist F5 immer noch schnell speichern Ja Okay Das ist doch schon mal gut Dann kann ich verbrenzligen Situationen auch mal schnell speichern Und schnell laden So Geht hier wieder der Farmer rennen oder was Triggert das hier immer Oder ist das ein Random Event Das scheint ein Random Event zu sein Okay Das ist ja cool Wenn so Random Events hier noch bei sind Okay Ist hier Mülleimer was drin Ne So Ich bin ja hier lang gegangen vorhin Und ich würde sagen Ich laufe da jetzt mal Offscreen hin Ne Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Und dann nehme ich es nochmal mit den Raidern auf Ne Und dann packe ich die Penner Haut rein Bis dahin Ciao